TEMPEL VON ANUBIES TEMPEL VON ANUBIES rasch-schachtel Das kann ich nicht zulassen NEIN Stepper zum raufwetzen hallo das ist auch turk-os skin Sherlock Hobbes skin.. waa nein ja, ist gut aber ob er wirklich so herausragend ist also ich finde ihn jetzt so mittel gut, gehn was an Oh, jetzt zerreißen wir die alle. In der Luft. Wäre jetzt toll, wenn wir Zephyrra haben, dann passt das mit in der Luft. Viva. Affe. Ja, ist auch eine Methode. Mitten rein. So, jetzt noch ein Gang. Ah, in Rippa haben wir nicht. Ja, der Punkt ist lost So viel zu Symmetra ist gut am ersten Punkt Ähm, war doch nicht so Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, keine Ahnung Ein Kill, Silber, nicht gut Affe kommt sicher gleich wieder geflogen Die Realität verorscht meinem Willen Hä, achso, die Wand So Kommen die eh nicht da nach? Ne Andere Seite Oh, die kommen da her alle, das ist ja abnormal Oieieiei, das schaut an der miesen Runde ausgeraht Ah, scheissen Bist du fertig Gut kombiniert von den Gegnern, muss man sagen Haben sie echt gut gemacht Ja, das wird jetzt Scheisse, wie ich war da im Hintergrund Warum habe ich den am Haken jetzt nicht gekriegt? Scheisse Na, geh geh meine Freunde Schauen wir mal, vielleicht wird das ja so ein Comeback is Real Video Die Chance, das würde jetzt genauso überrennen wie die uns Ist ungefähr bei 1 zu 100 Vermute ich jetzt mal Aber wenn wir es schaffen, den zweiten Punkt einzunehmen, haben wir eine Chance Ja, dann können wir mit gechangten Rolls ja dann mal die anderes probieren Mal die dritte Runde probieren Aber da müssen wir jetzt mal durchkommen Das muss noch nichts heißen, ich habe schon das Runden gehabt, ein Video davon habe ich sogar online Und wo wirklich wir die erste Runde gerockt haben bis zum Geld nicht mehr Dann verloren und dann bei dem Frachtbewegen im zweiten und zweiten Mal voll versagt haben und die anderen besser waren Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, die Ausrüstung zu testen Nice Ähm, okay, das im Chat lasse ich mal unkommentiert Siege jetzt halber, falls Kinder anwesend sind Siege jetzt auch mal fordrehen Entdessen Ja 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 Es gibt es nur mit dem Könnte ja sein, dass die vielleicht gut angreifen können. Vielleicht können sie aber nicht gut verteidigen. Das wäre natürlich unser Vorteil. Los, 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 los. Ich glaube, die kommen gar nicht mehr. Wäre ziemlich unsinnig. Wenn wir da jetzt auch so durchkommen, das wäre ein Hammer. Eher unwahrscheinlich auch. Das gibt's ja nicht. Wow! So, und jetzt haben wir wieder mal so eine typische 0-0 Situation, 5 Minuten 47 und 5 Minuten 22. Das kann man ziemlich auf ausgeglichen werden, anscheinend sind wir beide Teams ziemlich mies im Defenden. Ich glaube, das ist amtlich, wenn ich mir das anschaue. Seppert, wie geil wäre das, wenn wir das jetzt noch gewinnen würden. Dann müssen wir jetzt mal eine gute Leistung bringen, die dürfen keine zwei Punkte kriegen. Ja, das ist Farah EU. Das glaube ich auf dem Skill Level. Ich gehe mal da runter. Ich bin oft da unten, mal schauen. So, schauen wir mal. Eieieieiei, die war, die war, die war. Irgendwem? Jawohl. Ich hatte zwar keine Ahnung, wo ich jetzt hinschieße, aber... Nein, nicht. Defendet the point. Los. Ist der gerätzt worden, oder wie willst du das? Ich lerne wieder. Ich glaube, wir sollten echt am Point stehen bleiben. Wäre wahrscheinlich besser. Ah, scheiße. Diva, tu was. Gold, gold. Was machen die Damage-Dealer? Okay. Wir sollten da bleiben. Ja, ja. Und nach vier Minuten, Alter. Bist du fertig? Das dauert ja 100 Jahre. Der ist mal tot. Scheißen. Hohenreaper. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Wow. Intense. Sehr intense. Merda. Tank mal platt machen. Hey, was ist jetzt kaputt? Da geht's runter. Nein. 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 Was ist das da, du Arschloch? Du musst es auch schon hin sein fast. Danke! Guck! Na, der Hook. Der Hook. Der Hook hätte jetzt sitzen müssen. Scheißen. So ein Dreck. Zum Ziel, zum Ziel, zum Ziel. Der Ragginball macht das so schnell. Ich glaube, das ist wirklich der. Weil, ganz ehrlich, normalerweise geht es da nicht so rund. Vera? Mein Schild im Schaden. Ich habe denplatzen. Wir haben es bald geschafft. Komplettieren sie uns auf die Verteidigung. Und schon. Anstuhol. Oh, komm oder? Oh, komm. Und warum treffe ich nichts? Wow! Lecker! Bist du fertig? Ich bin eine Einwanderung, wo kein Nipps ist. Ohne Scheiße, da ist jetzt ein Rundgang. Apropos, in nächster Zeit werden auch wieder einige Overwatch-Videos kommen, weil ich spiele Overwatch einfach sehr gerne. Es ist einfach ein saumäßig geiles Spiel. Ich habe ja gerade vorher von der Gamescom das Ding angeschaut, dieses Shooting Star von der Diva. Das ist abnormal geil alles. Ich weiß, dass jetzt das Video wahrscheinlich ein, zwei Tage später oder ein paar Tage nach der Gamescom schon ein, zwei Tage nach der Season 11 Ende. Nichts Englisch. Gehen wir Gas! Wir brauchen den ersten Punkt, den ersten Punkt mit fünfeinhalb Minuten ungefähr Zeit. ein bisschen mehr. Ich habe sicher einen Beischnitt. Ich habe sicher einen Beischnitt. Ich habe es nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Los, 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 los. Weg. Runter da um, oder bleib da um, ist mir aufwürdig, solange du den Punkt nicht haltest. Jawohl, 3-3. Unentschieden oder ein Win. Wenn ich das so richtig verstanden habe, wie es immer rennt. Manchmal verstehe ich es nicht ganz, aber ihr könnt auch ein Bier liegen, es ist Wochenende, aber das macht ja nichts. Ei, ei, ei. Arschloch. So. Geh mal rein. Arrgh, Reeper. Gut, wir haben noch 4 Minuten. Das muss sich eigentlich irgendwie, oh, gut, die anderen haben auch 5,5 gehabt. Okay. Ich bin bereit, meine Jummel-Mut für ins Fesse. Ich soll es regenerieren. Scheiße. Scheiße, Sanna. Ich komme, Hanna. Sieh, die reißende Kraft. Sieh, die reißende Kraft. Sieh, die reißende Kraft. Sieh, die reißende Kraft. No. Sieh, die reißende Kraft. Da schießt wer. Sieh, die reißende Kraft. Ich bin bereit. Sieh, die reißende Kraft. Ich bin bereit. Sieh, die reißende Kraft. Sieh, die reißende Kraft. Sieh, die reißende Kraft. Nein. Arrgh. Wie sind Du alle? Los geht's! Doppelkill! Scheiße! Nein! Nein! Nicht ums Eck mehr kommen! Ich nehme das Ziel ein, folg mir! Ja, lange, ich hilf's nicht viel. Komm zurück, komm selber zurück, bevor's drauf geht's. Komm! Ich spiele gerne Junkrat, aber ob der jetzt das... ... das beste Wahl ist? ... 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 selten. Der Spruch ist ein Hammer. Ach, beide. Das Helfen. Ja, mal nun schieben. Das ist ja mal was Neues. Gut, bewertet zu Bart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie mir. Sehr intensive Runde. Bis dann. Ciao.